In Berlin hat am Abend das traditionelle Festival of Lights begonnen. Zehn Tage lang werden an 35 Orten in der Hauptstadt abends zahlreiche Lichtkunstwerke präsentiert. Dabei werden unter anderem Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Fernsehturm, der Potsdamer Platz und das Schloss Charlottenburg illuminiert. Angesichts der aktuellen Energiekrise kündigten die Veranstalter an, den Stromverbrauch in diesem Jahr durch LED-Technik um 75 Prozent zu senken.